Die Hansestadt Bremen. Zu Größe und Reichtum kam die Stadt vor allem durch den Handel und ihre Häfen. Einer davon ist der Holz- und Fabrikenhafen. Mittendrin der Sirius Business Park Haagstraße. 55.000 Quadratmeter Nutzfläche, ein Areal mit 25 Bauwerken, einem Parkhaus und öffentlichen Verkehrsmitteln in unmittelbarer Nähe. Hier stehen moderne Bürogebäude neben großen historischen Backsteinhäusern. Es ist ein Areal mit einer interessanten und bedeutenden Vergangenheit. Vor 100 Jahren wurden hier die Weltmarkten KTH und Fader von Lübby Progelio gesetzt.